hallo und willkommen zurück bei forest nachdem immer dasselbe mit ihm ein eichhörnchen stock den ruhe du dich mal aus wir werden auch mal steine brauchen komm mal mit wo wolltest du denn jetzt hey ich sagte so widerspenstiger bastard jetzt bleibst du hier stehen und du wirst auf mich hören gut klappt ja wohl gucki virginia hat wieder spaß ich muss da helfen gehen du holst mir steine und füllst die lager gut was ist mit dem mann denn auch los ok bisschen schneller eingestellt ja doch schon besser so was ist hier wieder los äh baby Triffst du bitte auf? Du, zwei sind noch. Hä? Oh Gott. So, jetzt ist es aber gewesen sein, ja? Ja, super. Okay, ich höre nichts mehr. Gut, Baby ist erledigt. Okay, bis dahin hatten wir... Echt jetzt? Was stimmt eigentlich mit euch? Ähm, müsstest du nicht jetzt Aua kriegen? Hallo, da sind Spikes. Tu dir bitte weh. So geht's auch. Dann habe ich mir das gerade selber nicht wehgetan. Und wieso fehlt mir... Ah, okay. Wenn ich jetzt zwischengehe? Oh, die Hitpoints haben sie kleiner gemacht. Das ist doch blöd. Das ist doch wirklich blöd. Hm. Das ist richtig scheiße. Da können die in die Übels rüber... Guck. Oh, man. Oh. Oh, man. Oh. 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 Das macht irgendwie meinen ganzen Plan zunächtig. So. Schauen wir mal, wie viel wir dafür noch brauchen. Aber eigentlich, glaube ich, war das das? Ne, Quatsch. Ich glaube, vier brauchten wir noch. Ne, sechs. Oder? Brauchten wir jetzt sechs? Hm, danke. Brauchten wir jetzt sechs Rehe oder sechs Reute? Also eine Rede, definitiv, ungerade ist doof. Hä? Oh Gott, hör auf damit. Hey, was ist das Ding schon wieder durch die Mauer? Äh, ja. Gut, denn... Na, 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 na gut, komm. Ja, ja, ich will doch. Komm, gehen wir. Ne, da hätten wir nicht schon wieder. Geh rein. ich will nur noch ein red haben wir wissen ist das auch schon mal fertig auch schon wieder ein eichhörnchen ohne textur wenn ich den brauchen wir nicht tut mir leid das tut echt weh und leid ja voll waren wir schon gut ist das rest ist für die anderen danke da lang wo es kalt ist da haben wir unseren platz machen wir es dann danach hier weiter eigentlich muss das wehtun ja komm rein jetzt bleibst du hier dann du kommst hier nie wieder raus kevin sucht weiter das ist schön auch schon gut wieder zugelegt ja doch 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 acht zwei vier ein red so viel okay eins zwei drei und wieder hier gut ja doch gefällt mir eine müssen wir eine müssen wir noch was tun da gab es nur noch eine eine toll ne machen wir das hier damit das mit den steinen schnell wieder geht dann dann so den weg haben wir den weg hier lang den weg da lang dann machen wir den weg hier lang dann machen wir einen Blick daran dann hier lang ok einstein ich hatte ja viele 10 du 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 man hmm mhm mhm Oh 93,00 Euro schön Das geht ja nicht gut zurück Okay. Ah, Mist. auch noch daran auch mal schön okay haben wir denn hier war ich nicht an dem stock da ist der stock Kevin steine hinaus 10 den gehen wir uns gleich stärker holen und machen das in den letzten rüstungsständer fertig wir haben ein stopp und den dürfen wir auch alle rüstung haben aber du bist und Ich habe noch mehr Rüstung, eigentlich nicht. Ne, nur noch die Tarnrüstung und den Bastard. Okay, ne die andere, die goldene Rüstung sehen wir auch nicht. Ja, die stehen alle richtig, ne? Den, den ist. Aber die sind auch alle richtig rum. Okay, der Klick sieht eigentlich jetzt richtig aus. Okay. Okay. Das ist gut. Okay, kommen wir wieder her. Boah, ich dachte schon. Puh, nochmal ein Steckchen holen. Ich glaube, das war, das war das hier. so 23 Drei, vier, fünf. Vermerken, fünf haben wir. Nummer sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Okay. Oh, nicht schlecht. Das sind jetzt alle Rüstungen. Gut. Die Tür ist schwerst, denn die, denn die. Und die, und dann die. Ich denke mal, so wird das ungefähr von der Qualität eingeschätzt. Okay. Kevin, wie sieht es mit den Steinen aus? Gut, nicht gut? Scheiße, hm? Stock. Ja gut, ein paar da wieder. Ordered. Oh, dann. Dann. Deah. Deah. Soll ich sie aber nicht. Oh, danke. Oh, danke. Okay. Der ist wahrscheinlich irgendwo rüber gehobst. Geht immer noch nicht. Ist wahrscheinlich da auch gar nicht möglich. Das ist so neppig, dass man da echt die Spikes noch mit ankatschen muss. Nein. Äh. Davon können wir noch ein paar anklatschen. Da müssten die auch durchlaufen. Das ist auch blöd. Ne, tut eh nicht weh. Ich vermisse meine kleine Feuerfalle. Dann hätte ich hier überall Blätter angelegt. Und wenn die angekommen wären, WAM. Dann wären die schön verbrannt. Aber gut, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir werden da halt Spikes hinpacken müssen. Ein bisschen sind wir ja schon vorangekommen. Ah, gut. Bis hier. Die haben wir schon umgehauen da bis dahin? Okay. Na gut, müssen wir nur noch Steine haben, ne? Ah, das ist mir ein Stein mit nerflich. Ah, was können wir denn denn? Holen wir uns wieder ein paar Stöcker. Die auch nicht reichen werden? Hm. Ah. Verdammt. Okay, das war's. Die, 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 die. Ja, ne. Oh, ich brauche ihn nicht mehr. Der liegt ja. Ich hoffe, in der Tür können sie nicht rüber. Das wäre richtig fies. Oh. Oh. Hm. Hm. Dazwischen könnte man... Naja, wohl nicht. Dazwischen wäre nervig. Mit diesen Teilen da. Oh, kann man das auch stellen? Hä? Was? 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 Theoretisch müsste ich hier und von dem aus nach in der Mitte. Nö. Nö. Dann versuchen wir es lieber auf gut Glück, dass die denn da rein laufen. Ich scho recht. Hm. Das finden wir auch immer so viele Stöcke. So. Das ist da. Dichter. 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 Und dich. Und dich. Dichter noch. Jetzt noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kennen wir langsam passiert mit dem schon am weg wir müssen noch da hinziehen von hier wird noch mal da nimmt das hier wirklich gute form an ja doch denn warum noch nicht die draußen wärme packe nehmen müssen dann nehme ich aber diese hänge fackeln obwohl nee moment das machen wir noch ja dann wenn wir haben wir jetzt keine mehr naja die eine da die ist mir egal komponiert jetzt hat sich den home weg zimmer ah ja ich sehe der bau mit extra auf kevin gewartet hallo Oh, was geht auch? Wir können in der Pause Was wir sagen So Hmm Okay, jetzt sehe ich ein Kürze, keines Problem Ich wollte das nämlich eigentlich so machen Und dann halt Hier zwischen aber halt noch eine Etage höher Das geht ja Nur wenn wir hier Noch ran haben Ja Okay, nee, da probieren wir noch ein bisschen was rum Vielleicht müssen wir uns noch einmal kurz bauen und den abreißen Vielleicht klappt das denn Und sonst machen wir es mit den Fackeln Ist aber nicht so ganz so hübsch, wie ich es mir denn vorgestellt habe Sollte aber dennoch klappen Also Leute, danke, dass ihr hier bei wart Dann sehen wir uns morgen wieder Ciao, ciao innen Oh Hallo Ciao Untertitelung des ZDF, 2020